So, okay, das dürfte ungefähr passen. Ja, Freunde, ich würde sagen, schreckt am besten da draußen, jetzt zu Hause, nicht an euren Empfangsgeräten. Ja, ich wollte mich mal bei euch melden, Malte hier. Ja, ich wollte euch mal so ein bisschen aufklären, was jetzt los ist, was seit dem letzten Mal passiert ist. Was ihr schon an meiner Stimme merkt und vielleicht auch an der Sprechgeschwindigkeit merken werdet, der Videolänge, bin ich noch nicht ganz 100% wieder auf dem Dampf, aber ich finde, ihr habt eine Erklärung verdient und die bin ich euch schuldig. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, erzähle euch so ein bisschen, was passiert ist. Und zwar, ihr erinnert euch ja vielleicht jetzt noch, also einige von euch waren dabei gewesen im Stream am Donnerstag, und einige haben sich noch die Folge so weit angesehen, wie Tobi sie noch hochgeladen hatte. Ja, und ich denke, man konnte da schon merken, dass ich mich nicht ganz wohl fühlte, beziehungsweise den Stream an der Stelle abbrechen musste. Ja, das hat ganz einfach gesundheitliche Gründe gehabt, die am nächsten Tag dafür gesorgt haben, dass ich ins Krankenhaus aufgesucht habe. Ich bin in die Notaufnahme und, ähm, ja, hab dort dann mich einer Untersuchung unterzogen, die ergeben hatte, dass ich ein schweres gesundheitliches Problem hatte. Sehr genau möchte ich erstmal noch nicht drauf eingehen. Das überlege ich mir noch. Ah, wobei, ist eigentlich auch egal, oder? Ihr merkt schon, es ist ein One-Tech-Ding, das muss ich gerade kurz überlegen, aber ich glaube, das ist egal. Nee, komm, pass auf, machen wir gleich eine Idee mit Köpfen. Ich hatte, ähm, eine Einblutung im Hirnraum, die dafür gesorgt hat, dass sich mein Gehirn zur Seite gedrückt hat, also, die wurde zur Seite gedrückt von der Menge an Blut, und, ähm, das Ding ist nicht ganz ungefährlich gewesen, diese Einblutung, weil die kann bis hin zu einem Schlaganfall führen. Und, ähm, ich musste dementsprechend noch am Freitag in der Nacht notoperiert werden. Ähm, bin dann dementsprechend jetzt, ähm, die letzten Tage damit raus gewesen, noterweise, hab ich im Krankenhaus einmal verbracht. Ähm, ergibt sich mir von selbst. Ähm, hab dafür gesorgt, dass natürlich Mo und Tobi Bescheid wissen, so zügig wie es ging. Und, ähm, ja, bin dann jetzt seit zwei Tagen, glaube ich, jetzt wieder, ja, seit zwei Tagen bin ich jetzt wieder raus aus dem Krankenhaus, bin entlassen worden, bin aber dementsprechend, weil so eine Art Eingriff, kann ich euch sagen, ist kein einfacher Eingriff, ähm, noch weit davon entfernt in Topform zu sein. Ich werde auch noch ein paar Nachuntersuchungen und all so einen Schrott haben, aber, ähm, ja, das sind so Dinge, um die werde ich nicht drum herum kommen, die sind auch wichtig. Und, ähm, ja, ich wollte quasi so ein kleines Lebenszeichen setzen und euch mal halt sagen, was jetzt so ein bisschen los ist. Und das, worauf ihr auch schließen könnt, ich wahrscheinlich so schnell nicht wiederkommen werde. Ähm, das kann tatsächlich jetzt ein paar Wochen ziehen, dieses ganze Ding. Ähm, ich merke schon, wie es mir grundsätzlich von Tag zu Tag ein Stückchen besser geht, aber die Schritte sind halt relativ klein. Und, ähm, so, dass ich jetzt mich hinsetzen kann und, ähm, ja, keine Ahnung, für euch jetzt wieder eine ganze Folge aufnehmen kann, irgendwie, geschweige denn, den ganzen Stream durchziehen könnte, äh, sagen wie es ist, bin ich meilenweit von entfernt. Und, ja, weil das natürlich so schnell nicht möglich ist, ähm, müsst ihr, glaube ich, erstmal ein paar Wöchchen ohne mich leben. Ähm, ich werde mich an der Stelle, logischerweise, wird euch auch sinnig erscheinen, mich voll und ganz auf meine Erholung konzentrieren, auf meine Gesundung. Ähm, für diejenigen, die fragen, wie kommt denn das zustande mit dieser Einblutung? Ja, das ist noch eine schöne Frage. Ich, äh, will es noch nicht verschreien, so wie ich es noch nicht sicher weiß. Aber, ich habe einen Verdacht, so viel sei gesagt. Ähm, wenn der Verdacht stimmt, ist es aber auch wirklich nur eine einmalige Sache gewesen. Dann dürfte das nicht nochmal auftreten. Da würde ich auch sehr drum bitten, weil darauf hätte ich auch tatsächlich, ehrlich gesagt, kein Bock. Ja, aber wie gesagt, also was ich auch auf hinaus wollte, ist halt, dass, ähm, ja, ich auf jeden Fall jetzt ein paar Wochen fehlen werde. Ihr habt ja noch immer noch, ähm, Mo, der euch ja noch immer täglich eine Folge bringt, der immer noch donnerstags den Stream auf jeden Fall setzen wird. Und, äh, ansonsten, ja, gelegentlich, vielleicht schmeißt Tobi nochmal was rein, wenn er kann, wenn er Zeit hat. Klar, der Mann ist natürlich jetzt auch. Grüße gehen Sie euch da raus. Ähm, ja, bin ein bisschen beschäftigt. Der muss halt auch ein paar Stricke zusammenhalten. Und, ähm, ja, ich bin momentan halt dementsprechend nicht besonders leistungsfähig. Aber solange ihr ja noch Mo habt, ist das, denke ich, erstmal in Ordnung. Ihr erinnert euch vielleicht noch dran, vor ein paar Monaten war es mal ja so gewesen. Da, ähm, ja, hat Mo sich eine längere Auszeit genommen. Ähm, und ich habe für ihn das ganze Ding gerade gestanden damals. Ich glaube, es war so ein halbes Jahr gewesen. Und jetzt drehen wir quasi den Spieß einmal um. Das heißt nicht, dass ich ein halbes Jahr weg bin, aber halt ein paar Wochen. Und, ähm, ja, ich mir jetzt zwangsweise eine wohlverdiente Pause nehme. Ich möchte nicht ausschließen, wenn ich versuche, mein Comeback zu starten, wird das ziemlich sicher, kann ich euch sagen, über den FM-Stream laufen. Das habe ich mir jetzt schon ausgemalt, sobald ich mich dazu in der Lage fühle. Weil der für mich noch mit am wenigsten Stress verbunden ist, weil einfach da Mo die ganze Gaming-Arbeit macht. Und ich quasi nur da sitze, mich zurücklegen kann und ein bisschen quatsche. Ja, genau, das war's, was ich euch an dieser Stelle so mitgeben wollte. Ich denke, ihr seid jetzt soweit ein bisschen im Bilde. Ich hoffe, ihr könnt das soweit nachvollziehen. Und, ähm, ja, wie gesagt, ich werde mich ansonsten dann melden, so wie ich halt wieder einigermaßen auf dem Dampfer bin. Geht aber, wie gesagt, davon aus, dass das wahrscheinlich noch ein paar Wochen dauern wird. Ähm, zumindest auf jeden Fall, bis ich Solo-Projekte wieder mache. Also, bis ich irgendwie was an Start bringe, egal was, F1 oder, ähm, P&R oder Empire oder so. Also, das liegt jetzt erstmal alles auf, äh, Eis vorerst. Ja, wie gesagt, und ansonsten, was den FM-Stream angeht, muss ich mal gucken, ob ich da vielleicht schon ein bisschen eher für bereit bin. Aber, gut, okidoki, das wollte ich heute nur loswerden. Ja, wie gesagt, kleiner One-Take, ohne, ähm, jetzt hier irgendwie was hingeschrieben zu haben, und Stichpunkte und alles, habe ich jetzt einfach so aus dem FF heraus erzählt. Ich hoffe, es war soweit in Ordnung. Ja, ansonsten würde ich sagen, bleibt gesund, macht's besser als ich, halt die Ohren steif und wir sehen uns. Ciao. 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 .